Felix, deine Zeit läuft ab jetzt. Wer wurde letzte Saison Deutscher Meister? FC Bayern München. Wer wurde Torschützenkönig? Lewandowski. Wann wird Halloween gefeiert? Wie bitte? Wann wird Halloween gefeiert? 31. Für wen steht die Abkürzung Klinsi? Klinsmann. Wo liegt das Kap der guten Hoffnung? Südafrika. Wofür steht Manta-Platte? Wie bitte? Wofür steht Manta-Platte? Keine Ahnung. Wofür steht der Begriff Doppelpack? Doppelpack bei Tore. In welcher Filmreihe spielt Johnny Depp einen Piraten? Fluch der Karibik. Aus welchem Land kommt Novak Djokovic? Serbien. In welcher Jahreszeit sind die Sommerferien? Wie bitte? In welcher Jahreszeit sind die Sommerferien? Ähm, Jahreszeit? Sommer. Richtig. Für welche Band sang Freddie Mercury? Boah, keine Ahnung. Wie alt bist du? 27. Äh, 26. Welche Rückennummer hast du? 11. Welchen Sport betreibt Roger Federer? Tennis. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Ähm, 16. Welche Farbe hat der Ball? Blau, Grau, Weiß. Welche Sprache spricht man in Brasilien? Boah, Brasilianisch? Nee, Portugiesisch. Wie viele Spiele finden an einem Bundesligaspieltag statt? Neun. Was heißt Spanien auf Spanisch? Spanien auf Spanisch? Vorbei. Vielen lieben Dank. Boah, ist richtig anstrengend. Vorher, 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 Vorher. Vorher, Vorher. Und noch eine Entwicklung.